Herzlich willkommen beim achten Teil unserer Webinarreihe zum Thema Effizienz trifft Innovation. Heute mit einem neuen Use Case zum Thema digitales Reklamationsmanagement. Ich darf wieder begrüßen den Christian Koch bei uns, unseren Experten der Cosmo Consult für das Thema Digitalisierung PC und Power Plattform. Mein Name ist Patrick Weilch. In meinem echten Leben bin ich Geschäftsführer bei der Cosmo Consult. Heute bin ich Geschäftsführer für die Kronos AG, unserem Themaunternehmen. Wir kommen gleich zur Sache, so wie immer. Um was geht es heute? Das Thema sind, auch bei uns gibt es, Reklamationen. Du weißt, wir haben bisher im Einsatz. Reklamationen wickeln wir, würde ich mal sagen, etwas hemmsärmelig ab mit der Standard- Funktionalität, die heute PC bietet, die eher natürlich auf die logistischen Themen jetzt ausgerichtet ist und auf das Thema Gutschriften. Da sind wir grundsätzlich zufrieden, aber der komplette Prozess, die Verwaltung dieses Reklamationsprozesses, der ist wiederum, würde ich mal sagen, klassisch digitalisiert mit Excel. Diesmal nicht mit Papier, sondern mit Excel. Funktioniert so recht und schlecht. Genauso wie wir es auch in den letzten Cases hatten, ist da wieder die Frage, gibt es eine Lösung, die quasi nicht mit einer anderen Software, also mit Excel funktioniert, sondern mit einem integrierten Ansatz. Wichtig für uns ist natürlich wie immer, wir wollen PC möglichst sauber halten. Das heißt, möglichst wenig Programmierungen dort und Erweiterungen vornehmen, damit wir von den laufenden Updates für PC in der Cloud profitieren können. Gleichzeitig möchten wir uns aber drüber jetzt Gedanken machen, wie können wir diesen Prozess durchdigitalisieren mit dem, was uns Microsoft heute schon bietet. Deswegen, Christian, wieder an dich. Freue mich schon. Ja, vielen Dank, Patrick. Business Central sauber halten ist natürlich immer eine gute Strategie. Wir wären natürlich in der Lage, durch entsprechende Erweiterungen das Reklamationsmanagement innerhalb von Business Central so aufzubohren, dass ihr neben den logistischen und kaufmännischen Aktionen auch die Dokumentation einer Reklamation vornehmen könnt. Ja, hat den Nachteil, wir müssen programmieren. Ja. Und wir müssten wahrscheinlich dann noch weitere Lizenzen dazuschießen für Mitarbeiter, die bisher noch nicht in Business Central arbeiten. Genau das sind die Themen, das wollten wir auch vermeiden. Für uns ist natürlich auch wichtig, dass wenn wir jetzt einen neuen Prozess dazunehmen, dass wir den als Kronos AG möglichst gut auch effizient selber verwalten können und vielleicht sogar anpassen können. Ganz genau. Ganz genau. Anpassen ist ja auch immer so ein Thema. Wenn man so einen Prozess neu implementiert, wird man wahrscheinlich in der ersten Version, wenn ihr jetzt in Excel unterwegs seid, erstmal das gewohnte Formular und die Datenspalten gleichbehalten, damit nicht so viel Umgewöhnung notwendig ist für die Mitarbeiter. Aber wie es immer so ist, Appetit kommt beim Essen. Also dann lernt man so die Vorteile kennen und dann überlegst du dir vielleicht für Auswertungen, wäre doch sinnvoll, vielleicht die und die Spalte noch hinzuzufügen, dass ich erweiterbar bin. Und man ist ja gewohnt in dieser Excel-Optik, in der tabellarischen Optik und da bietet sich innerhalb der Microsoft Plattform wunderbar der SharePoint oder Microsoft Lists an, weil es im Grunde genommen auch eine Art von Tabellenstruktur ist, die ich dort integrieren kann. Das heißt, ich kann quasi eine Liste, die ich erstelle mit wirklich frei konfigurierbaren Spalten, aber mit der Möglichkeit, einmal visuell das Ganze entsprechend aufzupappen, auf der anderen Seite aber auch beispielsweise mit Regeln zu hinterlegen, wo ich sage, bestimmte Spalten sind Pflichtfelder und ich kann dort auch Mediendaten integrieren. Also ich kann dort Videos hinterlegen, ich kann Bilder hinterlegen. Genau, das muss uns heute fehlen natürlich. Ja, genau. Du hast jetzt zwei, sage ich mal, Lösungen in den Mund genommen. Das eine war SharePoint, haben wir ja schon im Einsatz bei der Kronos AG für diverse Dokumententhemen. Das andere, was du gesagt hast, war Lists. Microsoft Lists, genau. Wo ist denn der Unterschied zwischen den zwei Dingen oder was ist Microsoft Lists? Das mag vielleicht der eine oder andere noch nicht kennen. Ja, Microsoft Lists ist quasi wie so eine Art anwenderfreundliche Erstellung von Listen eben für die Verwaltung von unterschiedlichsten Daten. Also insbesondere gerichtet an Anwender, die eben aus der Excel-Welt kommen und schnell diese Excel-Tabellen irgendwo professioneller ablegen wollen. Da kann ich mit Lists sehr, sehr schnell einsteigen. Das habe ich auch in meinem Beispiel verwendet, weil Microsoft bietet uns da Vorlagen an, also für unterschiedliche Anwendungsfälle auch. Dann nehme ich mir einfach eine Vorlage als Kopiervorlage, eliminiere oder schmeiße dann die Felder raus, die ich nicht benötige, die Spalten, füge neue Spalten hinzu und ich habe sofort eine Liste, mit der ich arbeiten kann. Das heißt, hier geht es auch darum, schnell Nutzen bringen zu sein, also schnell umsetzen zu können und damit live gehen zu können. Und damit würdest du quasi dieses Excel-Arbeitsgefühl etwas übertragen? Genau, das ist das eine. Darin speichern wir die Daten, dann haben wir ein ansprechendes Frontend. Die andere Frage ist aber immer auch, ihr startet ja nach wie vor ein Business Central. Genau. Also am Ende ist es ja auch so, eine Reklamation hat auch immer eine Aktivität zufolge innerhalb von Business Central. Und da ist letztendlich auch der Startpunkt, wo wir einfach mal den Use Case durchgehen. Das, was du hier siehst, ist ganz klassisch die Reklamationsmaske in Business Central. Genau, kennen wir ja schon. Das heißt, damit wir nachher auch einen Bezug herstellen können zwischen der Business Central Reklamation und der Reklamation, wie wir eine List haben, legen wir die Reklamation ganz normal an in Business Central. Aber wir brauchen vom Startpunkt her nicht sofort gleich die Position zu erfassen, sondern wir brauchen einfach nur über die Nummernserie die Reklamationsnummer. Wir haben den Kunden entsprechend eingetragen. Und wie du hier siehst, integriert sich Power Automate automatisch in die Oberfläche von Business Central. Und hier haben wir den Eintrag SharePoint Kunden Reklamation erstellt. Das heißt, hiermit, da wärst du sicherlich auch noch drauf gekommen, wie kommen denn die Daten rüber in die Liste? Die Liste ist Excel. Genau. Das ist heute manuell alles bei uns. Genau. Und hier nutze ich den Flow, der direkt auszuführen ist innerhalb von Business Central, um die Liste zu erstellen. Du siehst auf der rechten Seite, kommt jetzt hier so eine Leiste rauf. Da kann ich zusätzlich noch einen Titel definieren, also überhaupt ein Thema, worum geht's denn? Und schon eine erste Problembeschreibung hinterlegen. Warum reklamiert der Kunde? Ist der Flow jetzt Teil von PC oder von der Power Plattform oder wo liegt der? Genau. Der Flow ist Teil der Power Plattform, erstellt mit Power Automate. Also der Flow ist wie so eine Art Mikro App, womit ich in der Lage bin, die unterschiedlichen Applikationen miteinander zu verbinden. Wir haben auf der einen Seite Business Central und wir haben auf der anderen Seite unsere Sharepoint-Liste. Und so ein Flow, wie man ja in den anderen Webinaren schon kennengelernt hat, arbeitiert ja immer nach dem gleichen Schema. Das heißt, ich habe irgendeinen Auslöser, entweder automatisch oder in dem Fall, Auslöser ist in Business Central, ich stehe in einer Maske und sage, erzeuge jetzt einen Eintrag in der Sharepoint-Liste. Okay, alles klar. Und dann führe ich mehr oder weniger nur ein Feldmapping durch, dass ich sage, hier ist meine Business Central-Reklamation, da ist meine Sharepoint-Liste und übertrage die Felder. Wäre das Ganze auch in die andere Richtung möglich? Das heißt, dass mein erster Einsprungspunkt eigentlich hier die Sharepoint-Liste wäre und das wieder rückübertrage? Das geht genauso. Das habe ich hier auch entsprechend vorbereitet. Während wir jetzt darüber gesprochen haben, bin ich rübergewechselt in die Liste. Du siehst jetzt hier Microsoft-List, Kunden-Reklamation. Und da taucht jetzt automatisch ein neuer Eintrag auf. Übergeben aus Business Central sehe ich den Kundennamen, ich sehe das Problem als Titel, ich sehe die Problembestaltung. Und was du hier erkennst, im Gegensatz zu Business Central, ich habe natürlich ganz unterschiedliche Spalten, die ich hier definieren kann. Wenn ich das in Business Central abbilden würde, dann müsste ich das wirklich programmieren, müsste diese Felder ergänzen, damit ich die auch entsprechend bearbeiten kann. Und hier brauche ich einfach nur hergehen und sage, neue Spalte, die Spalte benennen und ist quasi wie in Excel. Aber ich bin natürlich viel, viel professioneller, weil insbesondere so eine Spalten wie Datum oder zugewiesen an, also wo ich auf eine Zuordnung von Mitarbeitern hinarbeite, habe ich natürlich automatisch diesen Lookup. Das heißt, List weiß, welche Anwender habe ich und die kann ich dort entsprechend hinterlegen. Und greift dann wieder auf die Informationen im PC zu, wenn es notwendig ist. Genau, das kann ich wieder über den Flow entsprechend steuern. So kommt quasi der Eintrag an und ich kann ihn ab diesem Punkt entsprechend bearbeiten. Das bedeutet, wenn ich das Ganze jetzt bearbeiten möchte, dann wähle ich einfach einen Eintrag aus, gehe auf Bearbeiten und dann taucht jetzt hier eine Formularleiste auf. Und da kann ich jetzt entsprechend eine Eintragung machen. Zum einen kann ich den Status verändern. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt die Reklamation erstellt habe, ist eben Status neu. Ich weise einen Mitarbeiter zu und der übernimmt dann irgendwo den Job und verändert den Status. Und jetzt siehst du das Ganze. Der Status ist bearbeitet. Hier siehst du auch wunderbar zugewiesen an. Das heißt, da ist der Mitarbeiter hinterlegt. Ich sehe das Foto. Also man ist auch visuell ganz anders unterwegs als in so einer, ich sag mal, relativ neutralen Excel-Liste. Also werden alle, die heute mit Excel arbeiten, sehr freuen auf jeden Fall. Richtig. Und wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen vorspulen, ist es auch so, in dem Moment, wo ich eine Liste bearbeite und die aktualisiere, hier sind wir dann in Business Central wieder. Das war ja der Startpunkt. Und du siehst, in dem Moment, wo jetzt die Sharepoint-Liste aktualisiert wird, aktualisiert sich auch der Status. Also das ist die, ich sag mal, minimale Erweiterung, die wir hier vorgenommen haben, damit ich in Business Central auch immer weiß, wie ist denn so der Bearbeitungsstand einer Reklamation. Damit quasi der Status mitgeführt wird. Okay. Das wäre jetzt die Anpassung auf der Business Central gewesen. Aber wir fügen hier einfach nur ein paar Felder mit hinzu, die wir als, ich sag mal, Synchronisationspunkte nutzen. Ja, da ist jetzt keine Logik hinter. Du siehst, die sind auch nicht editierbar, sondern die synchronisieren wir einfach nur wieder über den Flow, über die Power-Plattform. Da sehen wir jetzt, oder die Anwender, die jetzt in Business Central arbeiten, sehen, die Reklamation ist in Bearbeitung. Und wir haben die Option auf beiden Seiten über einen entsprechenden Link, den wir hinterlegt haben, aus Business Central in den Sharepoint-Eintrag zu wechseln. Beziehungsweise umgekehrt könnte ich auch aus dieser Sharepoint-Liste per Link in die Reklamation von Business Central wechseln. Also auch hier haben wir wieder die Situation, wie bei den letzten Cases, dass du jetzt mit Flows oder mit Power Automate die Integration schaffst. Ja. Es ist jetzt keine klassische Schnittstelle-Programmierung jetzt wieder notwendig in dem Fall. Nein. Wir machen wirklich das Ganze über Power Automate. Das heißt, wir verbinden einfach nur Felder übereinander. Das heißt, bei der Einrichtung der Liste als auch bei der Einrichtung der Felder innerhalb von Business Central achtet man natürlich schon so ein bisschen darauf, dass das gleiche Feldtypen sind. Ja, klar. Das macht es natürlich von der Bearbeitung wesentlich einfacher. Jetzt finalisieren wir einfach mal die Reklamation hier im Sharepoint. Das heißt, ich kann jetzt hier in dem Fall hinterlegen, was ist denn jetzt die konkrete Abhilfemaßnahme. Also normalerweise dauert ja so ein Prozess bei euch immer ein bisschen länger. Wird erfasst, wird in Bearbeitung. Dann geht es ja auch häufig darum zu begutachten. Also kann ja jeder kommen und sagen, Ware ist defekt. Du bittest ja manchmal auch die Kunden, sie mögen doch bitte die Ware zurückschicken, damit man die kontrollieren kann. Ist es jetzt wirklich ein Materialfehler vielleicht oder ein Produktionsfehler oder hat es vielleicht der Kunde selbst verursacht? Das würde alles im Rahmen dieses Dokumentationsprozesses natürlich stattfinden. Da habe ich jetzt gleich einige Fragen dazu. Ja. Das eine wäre, was passiert denn jetzt? Also wir haben jetzt da gesehen, wie man hier die Reklamationen schon mal dokumentieren kann. Ja. Wäre es auch möglich mit dieser oder mit einer ähnlichen Lösung, dass wir das Ganze noch extern freigeben? Also dass der Kunde seine Reklamationen zum Beispiel direkt erfassen könnte? Ja. Ja. Wenn ja, was wäre das Mittel der Wahl? Ja. Also die Microsoft-Plattform ist ja sehr mächtig. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Szenarien. Hier in dem Fall nutzen wir einfach die schlanke App Lists mit dem SharePoint dahinter, um wirklich schnell so ein Excel-Szenario, was ihr habt, umzusetzen und wie gesagt so eine Liste zu erstellen, so ein Flow einzurichten. Da bist du innerhalb eines Tages bist du gut unterwegs. Und dann bist du sofort digital. Ja. Damit sind wir aber noch nicht in der Lage, das Ganze extern freizugeben. Genau. Ja. Also wir sind ja hier immer noch in eurem eigenen Netzwerk, in eurem Tenant. Das heißt, technisch gesehen ist es nicht so einfach, das nach außen zu gehen. Ja. Innerhalb der Power-Plattform gibt es aber auch die sogenannten Power-Pages. Ja. Die Power-Pages sind quasi auch Webseiten, die ich mit Hilfe der Power-Plattform erstelle, die ich für den externen Zugriff freigebe. Ja. Das haben wir ja schon in einem Use Case kennengelernt für das Lieferantenportal. Genau. Aber ich kann das Ganze natürlich auch auf die Kundenseite heben und sagen... Das wäre dann ein Kundenportal. Das wäre ein Kundenportal. Okay. Ganz genau. Das heißt, du würdest für das Thema Kunden hier direkt zu integrieren, in die Möglichkeit zu geben, ein Kundenportal auf Basis Power-Pages als Plattform sehen. Ja. Wäre durchaus mit der Microsoft Power-Plattform auch lösbar, so ähnlich wie man es bei dem Lieferantenportal jetzt schon gelöst hat. Ganz genau. Dann eine zweite Frage auch gleich dazu. Hinter diesen Reklamationsthemen stecken ja oft komplexe Prozesse. Ja, das ist nicht immer straight forward. Es sind verschiedene Bereiche betroffen, die vielleicht durch das Unternehmen irgendwie mit anderen Tasks, die erstellt werden müssen. Wäre eine komplexere Prozessverwaltung mit sowas grundsätzlich möglich oder müssten wir da andere Tools zum Einsatz bringen? Du hast sehr schnell erkannt, was ich vorhin gesagt habe. Wir kommen ja erstmal mit Microsoft Lists sehr schnell in die Situation, dass wir Excel ganz schnell ablösen können. Genau. Und ihr werdet damit im Handumdrehen arbeitsfähig. Genau. Und dann, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Appetit kommt beim Essen. Genau, das wär's jetzt. Wir haben natürlich dank der Microsoft-Plattform auch hier die Möglichkeit, weitere Funktionalitäten mit zu integrieren. Ja, das heißt, ich kann ein Aufgabenmanagement hier rüber steuern in Richtung To-Do, in Richtung Planner oder was hier oben in der Menüleiste siehst, automatisieren. Das heißt, ich kann dahinter auch möglicherweise Genehmigungsprozesse setzen. Genau. Also das ist, wie gesagt, problemlos möglich. Der Vorteil ist, wie gesagt, dass einfach diese SharePoint-List oder diese Microsoft-List von ihrer Struktur natürlich viel, viel einfacher anzubinden sind an solche Apps wie Power Automate oder Power Apps als eine Excel-Liste. Ja. Ja, weil ich hier schon mehr zu Struktur gezwungen bin, zu definieren, das ist jetzt eine Liste, das sind die konkreten Spalten. Bei einer Excel-Liste, ja, da kann ich aus Versehen auch mal eine Spalte in Wert überschreiben und es geht ja am Ende, also insbesondere beim Thema Kundenreklamation ja auch um eine gewisse Daten- und Prozesssicherheit. Ja, also ihr wollt ja nach wie vor zufriedene Kunden haben. Eine Reklamation kann immer mal vorkommen, aber es geht auch darum, das sauber zu dokumentieren, nachhaltig zu dokumentieren und damit auch ein Archiv aufzubauen, um das am Ende mal auszuwerten oder auch mal nach fünf Jahren reinzukunden. Was heißt, du sagst, es ist ein perfekter Einsprungspunkt, so wird es zu starten, Excel schnell abzulösen mit dieser Lösung und wir könnten dann andere Microsoft-Tools wie ToDo und so weiter auch noch damit anbinden, quasi komplexere Prozesse damit zu starten, Genehmigungsprozesse und so weiter, das Ganze zu verteilen im Unternehmen. Ganz genau. Perfekt, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Ich sehe da die Überschrift Bilder an Ihnen. Ja, das heißt, du kannst dir auch Bilder dazu ablegen. Ja, genau. Also, ich zeige dir mal ein kleines Beispiel dazu und zwar, das ist eben auch der Vorteil dieser Listen, dass ich dort unterschiedliche Spaltendatentypen hinterlegen kann und ich kann dort auch Mediendaten hinterlegen. Das bedeutet, ich kann dort Bilder hinterlegen und kann zu einer Reklamation, beispielsweise wie hier, Kaffeemaschine defekt, zu diesem Eintrag sagen, ich hinterlege hier ein Bild. Hier sehen wir ein Foto einer Milchschaumdüse. Okay. Und so ein Foto. Das müsste ich jetzt quasi manuell machen und dann irgendwie hochladen. Ja, also das ist natürlich so der Klassiker, wie man es kennt. Vielleicht kommt es ja auch vom Kunden. Ja, genau. Aber man kann das Ganze auch sehr, sehr elegant in diesen Reklamationsprozess einkleinen. Also, wenn man nochmal von vorne anfängt, der Kunde meldet eine Reklamation, ihr erfasst eine Reklamation in Business Central, erzeugt daraufhin diesen Eintrag hier in der SharePoint-Liste und häufig habt ihr den Prozess, dass der Kunde die Ware zurückschicken soll, damit ihr auf Fehlersuche gehen könnt, ja, um zu erkennen, ist es jetzt wirklich ein eigenverschuldeter Fehler durch Material, durch Produktion, hat es der Kunde selbst verursacht, der Kunde schickt die Ware zurück. Das heißt, dahingehend habt ihr einen normalen Wareneingangsprozess, so wie auch für eure Rohstoffe oder sonstigen Teile und dort kann ich beispielsweise dann auch unter Zuhilfenahme einer Power-App im Lager in diesem Reklamationsprozess mit eingreifen. Dass ich sage, wenn ich, ihr habt ja, ich sag mal, einen gesonderten Vorgang, wenn jetzt reklamierte Ware kommt, dann habt ihr dafür einen eigenständigen Bereich, wo die Ware erstmal zwischengelagert wird, wo ihr sie ja jetzt gerade erfasst, auch in der Excel-Liste. Das heißt, dort könnt ihr relativ einfach sagen, über ein mobiles Gerät habt ihr Zugriff auf diese Reklamationsliste innerhalb von SharePoint und fotografiert an Ort und Stelle die Ware, wie sie angekommen ist. Das schaut jetzt vom Look & Feel ganz ähnlich aus wie eine der Apps aus den letzten Webinaren. Ist das wieder eine Canvas-App? Das ist ganz genau wieder eine Canvas-App. Ja, auch hier ist es so, die Grundlage ist natürlich unsere Liste, wo wir die Reklamation verwalten und auf diese Liste setzen wir einfach diese Canvas-App. Und da, dank der Canvas-App habt ihr wieder die Flexibilität, die so anwenderfreundlich wie möglich zu gestalten. Weil, du weißt es ja selber, ihr wollt digitalisieren. Genau. Ja, jetzt macht ihr das so nebenbei mal handschriftlich und insbesondere im Lager, die langweilen sich ja nicht. Und wenn ihr jetzt denen noch sagt, hey, wenn reklamierte Ware Kamera zurückkommt, bitte fotografiert die, ist es ja schon mal ein Mehraufwand. Und durch eine ansprechende App, die einfach zu bedienen ist, hält sich natürlich der Mehraufwand dann in Grenzen und die Akzeptanz steigt einfach. Das heißt, du würdest das wirklich genau dorthin verlagern, wo die Arbeit passiert in dem Fall. Das heißt, die Ware kommt zurück, wir können es direkt abfotografieren. Genau. Ich bleibe aber datentechnisch sauber. Also ich habe jetzt nicht eine neue Datenbasis, sondern das Ganze geht wieder zurück in meine Listsansicht, habe das wieder da rein. Genau. Das wird direkt in die Liste gespeichert. Und von dort auch wieder dann in BC? Genau. Also wenn du es in BC haben möchtest, dann kein Problem. Wir hatten ja gesagt, wir wollen die Business Central Daten schlank halten. Saub halten. Okay. Bilder, wenn du es hochauflösen, fotografierst, belegen ja Speicher. Ja, das ist besser hier. Genau. Wir müssen es nicht in Business Central hochladen. Lass es hier. Würde ja auch wahrscheinlich kostentechnisch Sinn machen. Richtig. SharePoint zu verwenden. Genau. Perfekt. Also das heißt, wir haben jetzt Folgendes geschafft. BC bleibt sauber. Das, was in BC schon zum Thema Reklamationen vorhanden ist, unsere Gutschriften, den logistischen Prozess, den können wir weiterhin nutzen. Du hast Microsoft Lists, wäre jetzt dein Mittel der Wahl, um unsere Excel-Applikation möglichst schnell abzulösen. Ja. Und für die direkte Erfassung im Lager für der Retourware könnten wir jetzt noch zusätzlich eine Power-App noch mit draufhängen. Genau. Ich bleibe aber, sage ich mal, von der Integrationswelt immer in der Power-Plattform, also das ganze Daten hin und her spielen und so weiter. Darüber müsste ich mir jetzt keine gesonderten Gedanken machen, sondern das funktioniert quasi mit den Lösungen, die wir in der Power-App haben, mit Power Automate. Mit Power Automate. Okay. Also auch in dem Fall haben wir eben unterschiedliche Flows, die laufen. Einmal das initiale Erstellen ist ein Flow, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Und zwischendurch, was dann im Hintergrund vollautomatisch läuft, ist in dem Moment, wo jetzt ein Eintrag geändert wird in der Reklamationsliste, ist das ein Ereignis, worauf Power Automate reagiert und schickt auch diese Aktualisierung zurück nach Business Central. Perfekt. Dann bleibt meine letzte Frage, wie immer, was kostet das Ganze? Wir haben hier jetzt ein zusätzliches Werkzeug, das wir bis jetzt noch nicht beim Einsatz hatten, das ist das Thema Microsoft Lists. Heißt das jetzt, ich muss noch mal tief in die Tasche reingreifen oder weil wir Office 365 sowieso schon haben, vielleicht bringt das was? Wie schaut es da aus? Genau. Also, sage ich mal, die reine Bearbeitung dieser Liste, wenn ihr natürlich schon die Anwender mit Office 3 oder Microsoft 365 ausgestattet haben, die brauchen jetzt keine weitere Lizenz an dieser Stelle. Das wäre der Vorteil. Relevant wird es da, wo ich dann wirklich eine Interaktion mit Business Central habe. Das heißt, der Startpunkt, einen Eintrag in dieser Liste zu erstellen, ist ja meistens durch einen Kundenbeitreuer oder einen Sachbearbeiter, der in Business Central arbeitet, der so oder so schon eine Lizenz hat. Das heißt, der nutzt einfach das Vorhandene, den muss man nicht speziell lizenzieren in dieser Grundausbaustufe. Andersherum, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt in dieser Reklamationsliste arbeitet und noch nicht in Business Central arbeitet, aber vielleicht nur mal wissen möchte, Informationen zu einem Artikel oder der möchte sich kurz mal die Reklamation in Business Central anschauen, der braucht dann mindestens dazu noch einen Teammember für einen riesen Zugriff. Aber wir können bewusst durch die vorhandenen Möglichkeiten die Lizenzierung schlank halten und das Ergebnis ist aber, dass wir wirklich eine sehr, sehr professionelle Lösung haben, um euer Reklamationsmanagement abzunehmen. Gefällt mir persönlich sehr gut, vor allem der Gedanke, dass wir sehr schnell die Excel-Liste ablösen können und da gibt es ja noch mehrere Themen bei uns im Haus, die gerade mit Excel zwar funktionieren, aber immer wieder Medienbrüche und Aufwand und so weiter verursachen. Vielen Dank Chris, perfekter Case, hat uns glaube ich wirklich wieder gut weitergeholfen und auch diese Erweiterbarkeit nochmal gezeigt. Am Ende für uns immer wichtig, PC bleibt für das zuständig, was es heute gut kann und bleibt somit auch sauber und wir können die Update-Fähigkeit weiterhin unterstützen. In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Wir haben eine Sache noch für Sie und zwar unser Goodie, nämlich den Umsetzungs-Check. Wenn Sie den in Anspruch nehmen möchten, scannen Sie einfach den QR-Code und wir besprechen sehr gerne mit Ihnen, wie Sie Ihre bestehende ERP-Lösung, ob es jetzt Business Central ist oder eine andere, mit der Power-Plattform und KI erweitern können, sodass Sie möglichst gut die neuen Möglichkeiten der Plattform nutzen können. In dem Sinne vielen Dank und noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.